Peter Rühmkopf, von mir zu euch für uns. Auf, auf, meine bettlägerigen Gespenster, meine abgestandene Windhose. Dieses gewaltige Zeitalter des Verfalls kann man doch nicht so einfach unberufen an sich vorbeirauschen lassen. Entweder das Schicksal handelt oder du selber. Hier, wo sich so manches schon bei bloßem Hinsehen zersetzt, noch Niveau gehalten? So weit kommt's. Da wollen wir doch lieber nochmal ein paar alte, neue Maßstäbe anlegen. Eine Stimme, meine Herrschaften, eine Stimme. Müssen wir denn wieder alles alleine machen? Noch am Grabesrand den Deckel hoch und das rote Tuch rausgezogen? Oh, wir wenigen Engel, die wir die Welt beflügeln. Sich den Kopf zergrübeln, auch ne Leistung. Aber du kriegst ja nichts raus. Wo waren wir stehen geblieben damals, Sommer 67? Nein, ich will weg von hier. Und zwar wie dieser Kugelschreiber. Wenn er auf den Rest geht, nochmal richtig losgekleckst, werde ich ungebremst auslaufen, wie verrückt und offen hinschmieren. Richtig, ich red von mir. Zu euch. Für uns. Für uns. Für uns.